Alle Zellen, es freut mich, dass ihr heute dabei seid. Wir sind immer dabei, dann Ticket zu überstehen. Im Moment läuft es nicht schlecht. Wir haben andere Zivilisationen kennengelernt. Es sind ja nur 5 andere. Also ganz anders als die Zivilisation. Oder welche Partie in Zivilisation würde spielen. Es ist ziemlich ruhig. Auch von den wilden Tieren habe ich letztens so extrem aggressive Überfälle gesehen. Es ist wirklich ruhig. Und dann, wenn wir die Zivilisationen überstehen. Time to see what happens when foreign cultures get together and decide to murder each other. Ja, was kommt da? Oh. Aber es ist ruhig. Ich habe auch keinen Kampf. Ich weiss nicht, warum dein Kampf in Zeit wurde. Was ist denn noch? Maschinti-Werker-Ur-Pops Interessant Hahaha Ja, das weiß ich auch nicht, was passiert ist Das ist so der typische Vorführer-Bett Religion Äh, Schamann-Dissus Äh, Schamann-Dissus Das ist nicht möglich Ok Entende ... Wie ist denn? Da kommt er da, habe ich jetzt auch Da habe ich gewohnt, ich habe es natürlich drückgelegt auch Adem Mein Immer nach holen wir mit denen 1,2,0, dann wollen wir eine Karte, das war in unserer Risse. Das ist ja krass, die Karte ist gespät worden. Das ist die Stabilität, die ich mir noch gehört habe. Da gibt es 20% Stabilität durch 25. Da wird ein paar interessantes Verteilung auf der Pony noch ziehen. Das ist die Stabilität, die ich mir noch gehört habe. Ich denke, dass das Nahrungsgebäß ist und wir den Bürger frei haben. Das ist die Stabilität, die man hierher hat. Lass mich aufisen. Komm hier. Wo ist die Stabilität? Was ist die Stabilität? Ich bin gleich. Was ist das? Ich bin glücklich, die Stabilität. Was ist das? Hm, na ja, ist gut, Männer, Augen, ähm, alle. Ach, das ist komisch, aber es ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Ich hoffe er wird nicht wieder abgriffen, wahrscheinlich sind wir da ziemlich abgerübt entlang. Und 7 Nazi-Fuss. Da ich finde die da. Jetzt den Eingriff haben wir da rein. Jetzt kann ich den Eingriff machen. Nein, lange nicht. Das Ziel nicht rein. Bei dem Fall denke ich den Bau nirgendwo. Steinkreis. Die Ziffern. Da kann ich bauen, wo ich will. Einfach in meinem Gebiet. Die Ziffern, die Ziffern. Die Ziffern. Ich habe den Eingriff. Ich habe den Eingriff. Ich habe den Eingriff. Ich bin der Eingriff hier. Ich habe den Eingriff, in dem ich jetzt nicht rauskriege. Ich habe den Eingriff noch einzuziehen. Das scheint ja unabhängig gestoppt zu sein. Die ist ja zuletzt noch nicht da gewesen. Das ist ja zuletzt noch nicht da gewesen. Das ist ja auch nicht da gewesen. Ich kann es nicht mehr so sein. Ah! Ich kann es nicht mehr so sein. Ich kann es nicht mehr so sein. Guts! Aha! Für mich wird der Tür zu der Gegenteil passen. Die Abilität, Wuhm, Stonehenge, Werkenabe, Bauben, Tempel von Artemis, Man hat sehr viel Stabilität, Sundernsregeneration. Ich muss sagen, am besten Falle muss man schon falsch den Tempel annehmen, weil der mit Dammenschiff Stabilität bringt. Stonehenge wäre interessant, der nicht gut nahe. Das war der schon gut. Ich probiere an Stonehenge. Ah, der kostet 250 im Bausport. Ich will. Das ist ein Interessant, in der Falle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aha! Dann die Landwirtschaftssternen halten. Bevölkerung ist es genug grossen Plätze. In dem Fall haben wir schon zu weit. Machen wir den guten Bautschritt. Machen wir den guten Bautschritt. Das wäre da. Das ist ja der Befehl. Oh. Okay. Nein. Das hier gehört nicht. Eigentlich, nein. Eigentlich, nein. Um Gottes Willen. Ähm. Ich ziehen wir zurück. Ah. Klar. Bei U-Wolfs da entwickelt sich auch ziemlich viel. Wobei wir, äh, das sind ja nur in der Peile gesteckt. Ich weiß nicht, ob die wirklich. Schau mal. Die. Die, die gehören nicht zusammen. Auf der Ritter. Ja, mit dir. Steffen, das ist gelb, ey. Oh Gott, so. Jetzt macht es sich aber auch schwer mit dem Heizhof. Und in der ersten Ehresgebiet zu rufen. Komm mal da rufen. Mal los. Jetzt rufen wir. Ich brauche mich eh nicht schwer. Komm mal. Jetzt ist er krank. Jetzt haben wir rund 90 Sekunden pro Minute. Wir machen gerade jene, die wir jetzt gleich ausgeben. Bauer, Fischer. Wir machen den Unterweg. Wir ziehen noch ein bisschen weiter. Es scheint eh so, dass da irgendetwas sich noch zu mir schlägt. Einmal hier. Okay. Das ist einfach nicht so gut. Ah. Ah. und dann ein bisschen das ist ein bisschen das ist ja und dann 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 Okay. Also, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir haben noch mehr Zeit. Aha. Das ist ein bisschen weiter. Das hat mich schon wieder an. Der ist ein bisschen weiter. Das hat sie noch mal an. Das wird zusammen. Ich glaube wie sich das entwickelt. Drei Runde. Ich weiß nicht was denn passiert. Ich weiß nicht. Nein. Drei Runde. Ich bin für die Runde. Drei Runde. So sieht es aus wenn sie Party finden. Sie haben schon Führwerk. Ich will das mal sagen. Das ist nicht ganz so in den Dates geträumt. Er fällt gerade auf. Es hat auch keine Ohrensage. Ich bin für die Runde. Aha. Große Vorarbeitung. Richtig gut. Ich möchte jetzt Bock aufsteigen. Sieben. Das ist schon ein wenig gemacht worden. Ich würde sie tätig sagen. Das ist schon gut. Und da wollen wir es nichts machen. Aber. Schrift wäre aber schon sehr interessant. 110 Runde. Ich nehme an wir nehmen den Tisch. Mit einfach. Annehmbare Zeit so weit wäre. Wie eben 110 Runde. In der Schrift. Ich weiß es nicht mehr was ich noch habe. 300 Runde in der Schrift. Und da. Aber sogar sind ja 110 Runde in der Schrift. Das war wirklich sinnvoll. Die höhere. Ich nehme an die Schrift. 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 Beautiful. Ich nehme mir an die Schrift. Ich nehme. Oh. Ok. Ah nein, Wissenschaft Minus Minus, äh, das passt genau. Das klingt interessant. Ja, das machen wir. Bauen wir es erstmal, so ein Zettel. Und die Frühidee. Mal schauen, dass wir öfters rund die Hüse Minus kommen. Da machen wir einfach Pause. Also Pause, wir bleiben dran. So. Oh, der Beste drüber. So. Der Beste drüber. Der Beste drüber. Ich stehe etwas langsam auf den Karten. Trüe Runde. Jetzt müssen wir die Größe eingebauten. Die Einheiten bewegen. Gold einsammeln. Ich würde sagen, dass wir die Gold beenden. Der Beste drüber. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ich froh, wenn ihr einen guten Kommentar schreiben würdet. Damit ich weiss, dass ich alles richtig mache. Wenn ich etwas falsch mache, sogar alles falsch mache, wäre ich authentisch für den Kommentar froh. Er würde mir helfen, das Ganze zu verbessern. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich würde auch einen schönen Morgen. Was auch immer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Musik Musik Tschüss. Musik Musik Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!